Da rein ich mir jetzt oder was? Nein, was ist das? Kann man den töten? Nein! Und ist alles neu? Scheiße! Also, wie gesagt, man darf sich nicht treffen lassen! Oha! Okay, okay! Uff! Man darf sich einfach nicht treffen lassen, dann ist es gar nicht so schlimm! Oha! Geh weg! Scheiß Kuss! Wo küsst du, wo? Wo küsst du? Nein! Ah, shit! Aha! Genau! Das ist jetzt aber echt blöd jetzt geworden! Oh Gott! Guck mal! Was ist das? Wieso trifft mich das trotzdem? Das ist so ein Scheiß! Ich raste gleich aus! Das Gebiet gefällt mir nicht so! Wirklich! Wisst ihr wieso? Ich habe auch keine Ahnung! Wenn ihr wisst, schreibt! Das würde mich auch interessieren! Wieso mir das nicht gefällt! Dieses hin und her! Ja genau das gefällt mir! Aha! Genau! Gefunken! Was? Was mir nicht gefällt! Super! Scheiße! Ich bin immer da! Uff! Geh weg! Am Anfang habe ich gedacht, diese Küsse, die, die, äh... Ja, das gefällt mir nicht! Dieses runter! Wieso springt der runter? Allah, Allah! Stirb! Mach auf da! Okay! Aha! Wenn man zu lange wartet, ich denke, es wird nicht einfacher! Es wird definitiv nicht einfacher, wenn man zu lange wartet! Oh mein Gott! Scheiße! Oh fuck! Hilf! Aha! Was ist das? Kann ich den abknallen? Ich weiß nicht! Ich glaube nicht! Oh shit! Ein Leben habe ich noch! Ich habe keine Lust! Eins, zwei, drei! Oh! Oh! Scheiße! Wie weit war ich? Nein! Wir hätten es fast geschafft! Das bedeutet, ich brauche drei Coins! Ne? Damit ich da bin! Und... Ja... Also nicht drei Coins! Ich meine... Drei Leben! Damit wir dann da auch durchkommen! Oh! Guck! Das ist so behindert! Wieso geht er zurück? Sonst... Ja, das ist... Das sind halt so Sachen, damit das Spiel einfacher ist! Ohne... Schwieriger ist! Ohne Scheiß! Guck mal! Wo geht denn wo? Oh! 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 Komm! Oh! 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 Mach auf! Oh! Ich bin verwirrend! Oh! 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 mach nicht auf mach nicht auf blöde nur jetzt muss ich mal aufmachen das ist sowieso gewesen scheiße es war zu schön um wahr zu sein jetzt renne ich mal ich will mal schauen was da ist ich hoffe wir bleiben jetzt nicht hier zehn parts oder so ich komme schon rein langsam das spiel dauert ich könnte bis geile aufnehmen genau genau das ist so blöd die kann man nicht töten wieso willst du sie töten wieso willst du sie töten nein wieso schieße ich überhaupt blutze ich eh nicht ich bin okay okay vertraut mir wir schaffen das in diesem part oder im nächsten was macht er so wie kann ich abknallen diese was das ding wieso wieso hat das jetzt nicht getroffen das ist so gelogen das spiel an manchen stellen wach mach 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 zu ja okay okay drei lieben leute drei lieben an dir jetzt schaffen wir das ich fühle es ich fühle ich fühle oh okay 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 geduld mit geduld schaffen wir das oh mein Gott bitte so nein doch doch nein doch geh weg geh weg geh weg oh leute oh mein Gott okay okay es lief es lief gut schade es lief gut es kann besser werden ich fasse dich oh die gehen kaputt seit wann oh sag doch ich kann die ja kaputt machen so jetzt mach ich mehr schauen vielleicht hab ich so Glück ja wie oh nein oh scheiß mach mal auf da ich muss eben noch herausfinden ja pech das schaffen wir auch nicht oh nein so ein Mist oh mach auf bitte ich küsse Füße wo du Seifenkönig du Seifenkönig so kann man diese scheiß Raketen auch abknallen ich raste ausgleich ich will das mal versuchen jetzt kaputt zu machen oh ja mach 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 ne komisch einmal geht es kaputt einmal nicht ich verstehe das nicht ja ja ich hasse dich ich hasse dich oh nein auf auf so jetzt geh weg oh nein oh nein 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 ich wollte das hier gar nicht oh oh auf so kommt ja eh einmal oben einmal unten Konzentration zwei Leben haben wir wisst ihr wenn ich einmal getroffen werde es kocht es kocht ich weiß auch nicht wieso guck mal guck mal guck mal was macht okay okay wolf weg so Aber ich muss sagen, das, also, schnell. Gefällt mir ja nicht so. Nein. Also, ich hab, also, es gefällt mir schon, aber die anderen Rangan haben mir mehr gefallen, irgendwie. Wisst ihr, was ich mein? Wisst ihr, was ich mein? Nein. Aha. Genau, die Bomben kann ich ja auch abknallen. Scheiße. Gut. Ja, das ist sehr gut, dass ich das jetzt nach 20 Parts auf, äh, dass ich das verstehe. Oha. Nein. Taktik. Taktik werde. Nein. Uff. Ja, mit einem Leben, ne? Was willst du machen? So, behindert. Ich töte mich noch selber. Schau mal, wie weit ich gekommen bin. Wir brauchen alle, alle Leben. Alles. Alles. Okay. Okay. Wir müssen gute Sachen kaufen. Das Dumme ist, ich hab keine Ahnung, was gut ist. Also, Waffen meine ich jetzt damit. Nein, ich mach, ich mein Schuhe. Ja, Waffen. W-w-w-w. Okay. Okay. Konzentration auf diese Scheiße. Kiss me, kiss me. Ich kisse dich schon. Noch. Aber nicht heute. So. Noch drei Leben. Ach, komm, komm. Schaffen wir das noch. So, so schwer ist das denn? Lch. Nein. Ich hab nicht getroffen. Verarsch. Boah. Oh. Nein. Nein. Okay. Ja, was? NBA? Was hat er gesagt? Scheiß drauf. Was er gesagt hat. Oh, jo, jo. Okay. Okay. Komm, mein Sohn. Komm, du schaffst das. Ich weiß es. Die Welt erwartet das. Boah. Kann das sein, dass er zweimal auf oben? Von oben angreift? Keine Ahnung. Scheißegal. Kann sein oder nicht? Ey, du bist so behindert. Scheiße. Diese Scheißkissen, die... Während die mich treffen, ist auch nicht mehr schön. Entschuldigung. Entschuldigung. Au. Du willst mich... Also, jemand will mich da verarschen. Echt? Ich schwöre. Das ist nicht normal. Das ist nicht mehr schön. Das ist nicht mehr schön, sowas. Okay. Ich bin ein erdgeiziger Mensch, zum Glück. Deswegen kann kommen, was will. Wir werden das schaffen. So oder so. Oha. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Genau, genau. Es würde mich sowieso wundern, einmal mit drei Leben da durchzukommen. Wirklich. Es würde mich sowieso wundern. Sowieso unmöglich, wie es aussieht. Wenn ich spiele Ja, jetzt gewiesen Kann ich gleich neu anfangen Stimmt Stimmt doch nicht, wieso stirbst du? Okay Ja Hodo 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 Diese Scheiß Küsse Die dürfen mich nicht küssen Sonst ist es nicht gut Alter, wieso komme ich Allah, Allah Okay Uff, das war knapp Aber wie Sehr gut, sehr gut Sehr gut Dreinehm noch Jetzt konzentriere Oh gut Oh gut Was ist jetzt passiert? Oh nein Oh Mann Hätte doch vielleicht einen anderen Boss versuchen sollen Anstatt Rangun Aber ich wollte extra Ich wollte extra das machen Damit wir ein bisschen Geld bekommen Also Gold Damit wir neue Waffen freischalten Oder so Lüge nichts Na Oho Oho Was ist jetzt passiert? Jetzt Jetzt Ja, genau So schwer ist das nicht Eigentlich Ich verstehe gar nicht, wieso ich So viele Probleme hatte jetzt Hier Ich glaube Ich bin aufgeregt Ich glaube auch Schnell, schnell, schnell Oho Oho Au Okay Ja War sowas klar, ne? Ah scheiß Ein Leben hab ich Oh nein Nein Aber wir schaffen das In diesem Part vielleicht noch Keine Ahnung Wir schneiden das ja anders Deswegen Schwer zu sagen Auf jeden Fall Es ist machbar Definitiv Nicht so schwer wie der Clown Scheiß Clown So Ruhe bewahren Wir müssen Ruhe sein Guck mal wo Der Eimer muss hier getroffen werden Unglaublich Okay 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 1, 2, 3 So, jetzt Ist das genau ich komme zu dir das darf doch nicht wahr sein ich komme zu dir ich lasse gleich aus ich bin mich am zusammenreißen ich habe keine ahnung ich reiße mich zu sagen aber wie ich weiß gleich auch sonst ich habe das immer noch nicht verstanden wie wir da weiterkommen einmal muss ich ja einmal muss ich getroffen werden jetzt können wir wieder weiterkommen kein problem einmal muss sein zweimal am liebsten würde ich jetzt neu starten am liebsten würde ich neu starten aber nein schaff es eh nicht okay also es ist wirklich ein sehr sehr schönes spiel wie man sieht eigentlich aber eigentlich auch nicht mit sie mit sie ist nicht schön wieso kann ich direkt runter hier springen behindert ist das man muss das noch einrechnen was war das jetzt was war das jetzt so